Wenn man hier aufwächst, weiß man, wie es läuft. Einige von uns haben den geraden Weg genommen. Andere jedoch, wie Pauli und ich, hatten keine Wahl und landeten auf der Straße. Geht hin und regelt das. In dieser Stadt war Hoffnung nur eine Illusion. Er sagte 5000. Ja, das ist euer Anteil. Hast du ein Problem damit? Ja, wenn du so fragst, hab ich. Oh, hast du. Ich fütter euch besser durch, seid ihr Kinder, aber Punkt ist, dass es zu wenig ist. Wir waren hinter dem Geld her, dem Gesetz immer einen Schritt voraus. Polizei! Hinde hoch! Einer muss den Preis immer bezahlen. Du suchst dir einen Job, richtig? Ja, ich werde mir was suchen, aber erst will ich mit dir und den Kindern etwas Zeit verbringen. Achte auf dich da draußen, Brian. Ich hab dich so vermisst. War das okay so? Ja. Brian! Ich wollte Sie nur wieder in der Nachbarschaft begrüßen. Haben Sie ein Haftbefehl? Warum? Irgendwas angestellt. Ich hab heute nichts für Sie zu tun. Rufen Sie mich morgen an! Ich kann meinen Vater nicht um noch mehr bitten. Ich bin gerade mal zwei Tage draußen, also gib mir eine Chance. Hey, was wird denn das? Jetzt zerstört den Ball! Pauli, seit wann bist du raus? Weißt du, ich versuche das Richtige zu tun. Wir sollten langsam mal eigenes Geld verdienen. Wo ist das Geld? Jede Nacht ist er bis drei, vier Uhr morgens aus. Sieh das doch locker! Du siehst das locker! Ihr zwei dreht ein Ding und wir kriegen davon nichts ab. Ich muss Kinder versorgen und bin pleite. Die selbe Straße führt immer zum selben Platz. Ja, aber vielleicht gehöre ich nun mal dahin. Ich will einfach wissen, was ich tun soll, um von dir respektiert zu werden. Verlass uns nicht. Es geht um meinen Geldtransporter. Danach werde ich aufhören. Ich gehe nie wieder in den Klass mit Pauli. Ich weiß, dass das zu schaffen ist. Du wolltest aufhören und lachst mir versprochen. Auf den Boden! Auf den Boden! Ich gebe den Menschen nur eine Chance und ihr hattet eure. Niemand liebt seine Kinder mehr als ich. Ich kann ihnen gar nichts geben. Ich hab diesen Scheiß satt. Was sollen wir uns einen Job suchen haben? Wann wirst du endlich verstehen, dass deine Kinder einen Vater brauchen? So bin ich nun mal! Genau das bin ich! Brian!